ich muss noch mal ein bett holen genau auch einer kleinen werbeunterbrüste oh scheiße ich brauch nur ein schwert und ich hab kein eis nicht mehr genug eisen ach guck mal die nachbarn guten tag ich hab nicht mehr genug eisen ähm dann geh ja warte ich ich komm eben zu dir la 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 komm ich geh mal zu meinem richtung in meinem haus ja ich wollte aber jetzt mal eben mein bett von oben holen ja das kannst du natürlich machen erstmal hab ich auch noch ne kraft dran die wollte ich auch noch mitnehmen hab ich auch bei weißt du ja ich wollte trotzdem auch eine so versee schon ach das ist weißt du wer da praktisch jetzt auch am reisen ist man verliert sich vielleicht auch nicht unbedingt mehr ich hab ne andere idee ja okay ja ich wollte mal eben bau ich nämlich nachher ein bisschen was um so äh zu mir kommen zacki 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 äh ja aber bitte leid auf dem tag weil sonst mach ich auch cheap mal eben was essen äh jetzt brauche ich nicht stein jetzt auch nicht doch er stock sie müssen stock sie müssen lustig aus jetzt habe ich toll jetzt habe ich den anderen eisen auch wieder weg getan ja ich bin jetzt bei dir ich sehe die auch ich bin jetzt bei dir ich sehe die auch alonis wie ja fein wofis so ein stock das ist auch cool gemacht mit den slabs bitteschön so essen hast du dabei ja ja warte mal brauch ich mal eben oh warte ich denn jetzt das wollen sie nicht achso genau ich wollte mir ein schwert kraften äh ne ich sag eisen eben jetzt ich habe dir noch einen schwert gemacht ach ja ja ich bin ein bisschen blind ich habe heute echt guck können wir los also norden ne ah ja genau ich wollte dir auch nochmal eben guck mal siehst du den auch von hier aus den zu haben ja oder habe ich dir die chunks zu weit runter gesetzt du hast mir die zu weit runter gesetzt warte wie war das nochmal äh grafik äh an sicht ja auf escape option grafikeinstellungen und dann sichtweite sichtweite sichtweise ok ich habe 16 chancen bei mir äh option ähm genau option grafikeinstellungen und dann sichtweite ganz rechts außen sichtweite ja die habe ich auf 12 also ok ja ich habe die auf 16 muss man halt gucken ja ich konnte die ja vorher weiter haben weil ich ja kein shader hatte wieso sehe ich die nummer noch nicht ja dann lass komm ich stelle den chancen da höher es nervt mäh dann ploppt er es auf ein bisschen höher ich teste da wie weit ich habe auch 16 chancen und sehe den ja ich nicht achso hast du den runter also ich habe auch 16 aber ich sehe den nicht ok 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 schön mit dem wasser ne jetzt ja so ein optifine ähm oben was sagst du oben dazu muss ich noch einen höher ne ich habe den jetzt schon in die breite oder noch einen breiter ich gucke mir das von oben an eben so wie du die die erde gemacht hast so würde ich auf eine treppe das sieht nämlich echt cool aus nur halt vielleicht aus stein oder so da kannst du gleich innen drin ja aber ich meine auch hier oben was außen kannst du auch ein bisschen eigen ich würde vielleicht noch ein bisschen in die breite gehen das ein bisschen noch ein breiter ja also hier noch mal breiter und das dann breiter machen ja damit das schön aussieht aber ich würde an der seite dann wird das auch so ein bisschen ja das ist auch so eine treppe nach oben dass du von außen auch nach oben kommst so wie du hier die erde geklatscht hast so als stein leuchtturm hat ja eigentlich können jetzt ganz von innen gucken gehen ja das ist der nachteil ja 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 aber geht dann sieht das auch optisch so aus aber anders geht das halt nicht weil ich muss ja ein rausgehen hier rüber gehen ja dann würde ich da vielleicht doppelt nehmen dass ich hier vielleicht noch ein slap bin also hier man muss sich hier noch ein slap hin ja genau so eine kleine weiße dann gehst du hier das ist das ist halt so ein bisschen wasser hier wie so eine kleine plattform hast hier auch ja ich habe immer so eigentlich relativ bis auf hier bis auf hier habe ich immer gleich angefangen ach so ja genau von außen sieht das auch cool aus wenn da außen wenn du von außen reinkommen könntest dann halt was eigenes muss ja nicht immer so sein wie alle das machen erst mal nur richtung norden oder ja lauf mal okay wo bei mir verschwimmen die grafiken so schön die gehen ineinander durch das andere texturen pack achso sieht das voll geil das sieht echt voll geil aus weil das so ineinander dann geht was wenn dann erde ist dann hast du so ein bisschen hier zum beispiel ist ja sand ne unterwegs bei mir ein ein bisschen gras drüber ach so okay das ja gut weil das so so na also das sieht dann ein bisschen nicht so so ja abgekackt abgekantet aus sondern echt wirklich schön so ineinander fließend das ist voll mega also das finde ich echt schon für geil wenn ich irgendwo stein setzt dann wächst auch ein bisschen gras dran sind ja weiß ich wo wir spawnen müssen wir das eigentlich markieren oder nein das ist ein schwebender baum hier hier fehlt das doch das war ja unser anfang das war ja mit absicht oh ja also da wird es jetzt weiter nach norden gehen oder wir laufen jetzt hier so wir laufen jetzt erstmal wissen was hier so ist und dann würde ich gerne über das wasser müssen wir ja ich würde gerne erstmal so ein bisschen gucken was hier so ist und dann vielleicht nachher übers ein bisschen durchs wasser wasser und dann nachher so ein bisschen durchs wasser röste aber hier eine hölle sein mhm auf jeden fall ist er kohle kohle sieht lustig aus ja auch äh ich glaube ich habe eine hölle gefunden ich habe hier gerade kohle gefunden deswegen kohle brauche ich ich bin eigentlich bei dir du bist in der höhle also ein stück ist doch nicht schlimm ich habe mal eben fackeln gesetzt und hier ist nämlich eisen wir sollten uns vielleicht mal hinlegen kurz ja darf ich eben das eisen würde ich vielleicht nicht unbedingt machen ich liege weil es ist verdammt dunkel ähm du müsstest jetzt schon längst liegen ja ich hab mein bett äh falsch gehabt und das wollte ich nicht dann sind wir nämlich gleich wach ungewollt so hier ist kohle und eisen ja eisen habe ich da hinten auch schon gesehen aber ich habe jetzt erstmal angefangen die kohle rauszuholen guck mal eben fackel das ist eisen ne also ein bisschen eisen habe ich auch schon rausgehört so sechs stück wo einfach mal eine fackel hin damit da nichts formt ok weit rein geht das hier nicht ach das ist oh das ist sand wo bist du denn jetzt da wo ich gebuddelt hab weiter durch ja ja genau komm mal du hier aber bitte nix anditschen jetzt hier weil das fällt alles dann runter cool aber nicht weiter entschuldigung deswegen habe ich so ein bisschen ein bisschen eisen kohle so hier war ich mit drin da habe ich schon mal ich sehe schon das ist weil du mal so nicht sollte zu sterben ich jetzt wieder zurück schuletti vorsicht danke sind nämlich zwei schnell was essen schnell mal eben ausleuchten aber ist keine große Höhle nö kommst du auch überall wieder raus das ist nochmal Kohle aber Kohle schade ja nicht hier ist ein richtig großer Kohleflirt aber da hinten wird es schon wieder dunkel das ist auch dunkel muss man aufpassen dass von hinten nichts kommt das war glaube ich meine Spitzhacke ich habe auch nur Stein Spitzhacken achso ne das war mal der letzte Eisen aber gut ich nutze nur Stein im Moment weil reicht ja für Eisen und für Kohle ja richtig so ich habe mir jetzt auch nochmal zwei gemacht also Stein also habe ich ja nicht mehr mitgenommen soll ich da gucken soll ich da nicht hier geht es dann wieder raus nächste Kohleflirt hier abbauen ach da genau hier geht es dann auch immer wieder raus ich höre so wie sie sind ach da moin moin weil da geht es hinten durch wieder ganz raus da musst du auch irgendwo durch das ist das Schöne weißt du wir müssen ja jetzt so hier ist nochmal Kohle ich bin gegenüber da war noch ein Weg der war ziemlich dumm ich fiel da jetzt nicht noch rein da muss ich dich gleich suchen hier ist nämlich Kohle nehme ich eben schnell mit weil die können wir nachher teilen ja ja klar da brauchen wir auch verdammt viel da ich dich ja jetzt auf dem Minimap sehe kann ich dich ja nachher so ein bisschen suchen moin du hast mich schon gefunden da ist das Schöne wir finden uns halt wieder jo hier geht es mir auch wieder raus und hier ist noch ein bisschen Kohle jetzt laufen wir auch schon wieder südlich ne ja ich wollte jetzt nur die Kohle wir können ja nachher immer noch wieder äh ich will ich noch hier sieht es aber auch cool aus ja auf jeden Fall wir waren nur nur die so ein bisschen unterwegs ne genau Moossteine da ist ein bisschen hier da ist nix ich hab nur grad geguckt ach so ja sah wie ein eingang aus aber da war nix ach so ja irgendwo muss unter uns eine Höhle sein weil guck mal na ja wir laufen außen rum ne wo bist du ne genau es muss eine riesenfette Höhle sein also so viele Monster sind nur in großen Höhlen so richtig was ist denn da ach das ist so ein Bach das stimmt das Wasser ist so schön das hab ich irgendwie vermisst das hatten wir ja in Live in the Woods genau in Live in the Woods hatten wir auch so schönes Wasser ja plus voll die schöne nachher ein genial ich war auch schon was denn ich war auch schon ewig nicht mal bei Live in the Woods dünn ich auch nicht nicht mal au privat gut müsstest du jetzt eh ein bisschen äh umstellen deinen Ordner ja ist gut das ist jetzt nicht das Problem nö ich hab deinen äh ehemaligen Mod Ordner habe ich jetzt äh mods 1.7 10 glaub ich genannt hier sind viele Endermänner ja nicht nur Creeper alles mhm es ist ja ja irgendwo hier drunter ist bestimmt eine fette Höhle ja man hört so auf die ah hier komm hier aber aber tief ab ich wollte mir gar keine wohl wohl und türen machen ich wollte ja nochmal gucken weil da sind noch die ganzen Endermänner aber das können wir markieren das warte ja und jetzt nur nicht den oh scheiße was denn Endermann hast du ihn angeguckt oder nein doch hast du wohl ich hab den ich hab den gar nicht angeguckt ich hab den gar nicht angeguckt jetzt trefft der mich an super was wasser wasser ins wasser hier war doch gerade irgendwo wasser na gut hat sie gerade erledigt ich hab den Enderman gekillt woran jetzt die Höhle ach ja genau einfach markieren dann können wir das nächste Mal dahin erstmal muss ich was essen Höhlen Höhlen würde ich vielleicht grün markieren oder so oder blau ja ich hab ähm ähm grün habe ich jetzt als meine Heimatort aber gut neue Wegepunkt blau genau alter blau und dann äh Höhle ne einfach oder Enderhöhle 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 fertig boah ist mir kalt sieht man den jetzt auf der Map wuss ich jetzt nicht na doch ich sehe sie du bist ja leider so dober ich glaube ich nicht ne ähm das ist glaube ich für jeden einzeln äh wie war das nochmal mit dem markieren ähm einfach Map also M drücken für Map M ja dann gehst du auf Wegepunkte Wegepunkte und dann auf neuer Wegepunkt äh wir arbeiten löschen ne neuer Wegepunkt ziemlich weit unten ja deswegen suche ich ja unten unter Filter da steht löschen dann neuer Wegepunkt unten runter ah da ähm wir haben jetzt gibt Gas weil es wird dunkel Enderhöhle genau äh äh Farbe ich hab jetzt blau gemacht blau könntest jetzt auch äh Icon nämlich ne Spitzhacke achso ja stimmt äh könnt ich jetzt gleich nochmal fertig äh ich liege direkt weil es ist echt mega dunkel fertig äh fertig du musst liegen ich hoffe du liegst schon längst nein aber dann sterben wir jetzt ja ich lag ja fast warte mal jetzt muss ich mal gucken ja jetzt sehe ich die Spitzhacke Spitzhacke ja warte wegepunkte jetzt kann ich die wahrscheinlich noch kann ich noch bearbeiten bearbeiten Icon ah Spitzhacke cool also das ist halt eine blaue Spitzhacke ne ja genau cool siehs mal äh kennst du schon mehr als ich wo sind wir denn achso da in der Höhle ah ok da muss man hier geht die Höhle auch weiter ich weiß nicht nur wo du bist also hier kommst du auch rein mal da wir keine Höhlen-Türe machen nehmen wir mal ein bisschen Moosstein wieder mit Oh! ein Fuchs! guck mal guck mal ein Fuchs hier ist auch nochmal eine Höhle Lava, ich habe keinen Eimer ich habe einen Eimer dabei und einen Fuchs und einen Hund, also Wolf erwähnen Sie sich